Leise und dennoch richtig schnell. Irgendwie ist das schon verblüffend, zumindest wenn das Auto, das sich hier so anschleicht, ein echter Jaguar ist. Der nagelneue I-Pace ist der erste Jaguar, der nicht röhrt, sondern eher futuristisch surrt. Mit ihm setzt Jaguar ein klares Statement, wir können auch elektrisch und wir machen das kompromisslos gut. Die Leistungen des I-Pace sind durchaus Sportwagen-affin, 400 PS, fast 700 Nm Drehmoment, Topspeed 200, 0 auf 100 in unter 5 Sekunden. Im I-Pace sind zwei Elektromotoren verbaut, die wunderbar synchron miteinander arbeiten oder, wenn es gerade gebraucht wird, eben auch asynchron. Der elektrifizierte Jaguar bietet aber noch weitere Vorteile, zum Beispiel ihnen mehr Platz bei weniger Länge. Ein Vorteil, den im Grunde genommen alle Elektroautos bieten, weil einfach weniger Teile verbaut werden müssen. Außerdem ist kein Jaguar so vielseitig wie der erste elektrische. Dank Allrad und extrem tiefem Schwerpunkt dauert es sehr, sehr lange, bis man ihn an seine Haftungsgrenze bringt. Er kommt auch in anderen Extremen recht weit, auf schlechter Strecke im Gelände. Selbst bei einer Fahrt durch Wasser bis zu einer Tiefe von einem halben Meter wirkt die elektrische Raubkatze überhaupt nicht wasserscheu. Extreme Steigungen auf rutschigem Untergrund sind ebenfalls kein Problem, so würde man zu seiner Hütte in der Natur auch noch emissionsfrei vor Ort kommen. Womit wir bei der Reichweite wären. Insgesamt schafft er mit einer Vollladung rein rechnerisch fast 500 Kilometer. Im Alltag sollte man eher von 300 bis 350 ausgehen. Aufgeladen ist er an der Power-Ladesäule in 40 Minuten auf 80 Prozent Kapazität. Wer sich das Jaguar-Ladepaket dazu bucht, bekommt an öffentlichen Ladesäulen die ersten 30 Minuten bei bestimmten Anbietern sogar geschenkt. Ebenfalls State of the Art ist das Unterhaltungs- und Navigationssystem. So hören wir im weit entfernten Portugal via digitalem Online-Empfang Störungs- und Rauschfrei deutsche Radiosender. Wem das alles als Anreiz noch nicht reicht, der sollte den I-Pace mal Probe fahren. Wir finden, dass Jaguar mit dem Wagen das erste Allround-E-Fahrzeug auf die Räder gestellt hat, das wunderbar als Alltagsauto taugen würde. Wenn da nicht ein Handicap wäre. Leider ist der I-Pace nicht gerade günstig. Unter 80.000 Euro geht hier gar nichts. Unsere First Edition Testausgabe liegt bei rund 100.000 Euro. Natürlich mit jeder Menge Extras und digitaler Vollausstattung. Das ist er also, der neue Audi Q8, der ursprünglich nur für die USA geplant war. Schon der Q7 wurde oft und gerne als zu wuchtig bis zu peinlich bezeichnet und nun also etwas bescheidener. Mit 4,99 Meter Länge, 2 Meter Breite und 1,71 Meter Höhe ist das SUV Coupé breiter, aber kürzer und niedriger als sein Schwestermodell Q7. Trotzdem gehen maximal 1.755 Liter in das Ladeabteil. Bei der Beleuchtung geht Audi wie gewohnt in Richtung Lichtinstallation. Über die MyAudi-App können Q8-Besitzer deshalb viele Lichtfunktionen per Smartphone aktivieren und so von außen erleben. Zu Beginn steht der 50 TDI mit 286 PS zur Verfügung. Der 3 Liter Diesel beschleunigt in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 und weiter bis 232. Das sind 10 kmh mehr als der Urquadro schaffte. Anfang 2019 folgt ein 45 TDI mit 231 PS. Beide Diesel sind von A6 und A8 bekannt, mit einem SCR-System zur Abgasreinigung versehen und erfüllen die Abgasnorm Euro 6D-TEP. Gern hätten wir den Stand zum Diesel hinterfragt, in einem Termin mit dem Audi-Chef Stadler, der wurde aber ausgeschlossen bzw. eingeschlossen. Weniger Stickstoff, dafür aber mehr CO2 kommt Anfang 2019 mit einem V6-Turbobenziner mit 340 PS. WDR 2 So, wir haben einmal hier diesen Informationsüberblick-Zustand des Getriebes, wir sind auf P, sonst wird er uns anzeichen, welcher Gang oder welche Fahrstube drehen wir uns, wie stehen die Stoßdämpfer, was macht unser Differenzial. Dann haben wir hier die Hanginformation, also die Neigungsmesser, die werden gleich aktiv, wenn wir fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir fahren die genauso, wie wir sehen, an und wenn das Vorderrad hier über diese Kuppe kommt, müssen wir scharf rechts, weil da geht es rein. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020